Hallo Freunde, hier auf Kosamull war ich Tauchlehrer und hier ist auch die Idee zu Tomi an Barbecue gekommen. Wow, und hier habe ich das erste Mal Thai Barbecue gegessen, der Ursprung von Muketa. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So Freunde, und hier haben wir die ganzen rohen Zutaten. Hier ist mein Buffet in Thailand. Kostet ca. 3 Euro pro Person und man kann so viel essen wie man will. Bier darf natürlich bei einem Barbecue nicht fehlen. Hier haben wir schon diese Freunde hier. Die kommen dann da rauf. Und das ist der Original Thai Barbecue Muketa Grill. Unten drinnen sind die Kohlen. Und obendrauf puzzelt schon so eine Art Specksparte, die den Grill schön einfettet. Was natürlich bei dem Tomian Grill komplett überflüssig ist. Und jetzt beginnen die schon das ganze Gemüse einzulegen in die Suppe. Pilze. Oben drauf puzzelt schon das Fleisch. Scharfe Soßen. Ah, bo. Ah, bo. Ah, bo! Bis zum nächsten Mal.